Ugh Oh god Ich glaube, ich habe alles verpackt Mein Gott Ich kann's mir den Kochtopf herstellen, deswegen brauchte ich das Fleisch Oh nein, nene, nene, nene Oh Gott Wo bist du In der Basis Oh, ehrlich Jetzt hat's mir ein grün. Nein, nein. Das haben sie in dem Update hinzugefügt, dieses Teil. Da gibt's schon ein paar Meme-Videos über das Zeug. Ja. Warum musstest du das tun? Es sah so verführerisch aus. Oh Mann. Oh, ehrlich. Wo ist das? Und dann, wenn du auch nirgends rumläufst. Nein. Nein, geh weg von mir. Wah, ich feste. Es macht es sich auch eins. Was muss man dafür machen? Äh, du brauchst ein gegrältes Filet. Und dann? Was dann? Hier ist doch Feiertage und dann wird es unten angezeigt. Ah. Äh. Irgendwie... Na, du musst natürlich das auch erstmal entzünden, ne? Oh ja, ist entzündet aber... Hä? Na, du musst gucken, was, was sie brauchen, ne? Manche brauchen gegrältes Filet, manche brauchen normales Fleisch. Manche brauchen geräuchertes. Was? Ah, hier, ich seh's. Oh Gott, ich weiss noch gar. Wasserpistolen-Skin. Jetzt hab ich euch auf Ideen gebracht. Oh ja, das schon. Da unten ist es. Der Played Rush-Costume, oh Gott. Wir brauchen nämlich öffne Kammer. Eigentlich bräuchte man viel hier geräuchert, um mal die Chibis herzustellen, ne? Ja, genau das will ich gerade machen. Fasern, Holz, Stein und Stroh. Oh mein Gott. Fasern. Oh mein Gott, der kam an. Stein. Und Stroh. Ah. Geht. Das war geil. Ey, man muss sich mal aufm Bett legen. Mal gucken, wie das aussieht. Äh. Okay. Die Betten sind oben. Das lieben alle drei das. Aber die Betten stehen so schräg, ne? Ja, wir hätten die da hingestellt. Ich nicht. Wie legst du dich jetzt hin? Warum kann ich mich jetzt nicht hinlegen, oder was? Also ganz kurz kann man es machen, aber... Ich glaube durch das Kostüm... Ich bin sofort wieder auf. Ja, wahrscheinlich durch das Kostüm geht das nicht. So klar. Ich glaube jetzt. Gott. Komm, es war mal ne lustige Idee zwischendurch. Oh ja. Ich muss schon wieder... Alter. Was gibt's nicht? Das gibt's nicht. Ich hab nur zwei... Ach Gott. Das haben die bestimmt eingefügt durch Corona, weißt du? Wenn hier der eine Typ durch die Straßen gelaufen ist mit diesem Kostüm. Wahrscheinlich, ja. Gucken, was man noch so herstellen kann. Ja, oh mein Gott, wenn man eine Axt hält. Süßer, bei mir ist es eine ganz normale Axt bei dir. Ja, ist es auch. Mit den Kuchen. Mit den kurzen Ärmchen. Ui. Booga Booga. Ich bin zu cool dafür. Der hat sich so nen Greiser gemacht. Was gibt's denn sonst noch? Grill, Spachtel, Skin, das für was? Ein Knüppel. Ah. Ja, die Probleme, die Oberteile können wir nicht anziehen. Wir kriegen da kein... nichts davon. Wieso? Ja, weil das nur für Frauen ist. Ah, du kannst die Wasserpistolen-Sgenurfen-Flammen-Werfer tun. Du kannst dir doch die Hemden anziehen. Äh, ja, aber... Es passiert doch nichts. Da sind doch aber auch Hemden, gucke doch. Ja, aber es geht um die Oberteile, nicht um die Hemden. Hemd ist doch ein Oberteil. Die Schwimm-Ober-Teile, nicht die Hemden. So. Das ist ein Unterschied. Schwimm-Ober-Teile ist was anderes als ein Hemd. Boomerang, genau. Ich hab einen Frisbee dann machen. Ich hab einen Pfannwender. Ja. Ist das Spongebob? Ja. Doch, wir sind... Knüppel. Einen hier, äh, Feuerwerk-Skin für Raketen-Würfer. Gott. Das ist, der ist cool. Ja, der ist wirklich cool. Schießt wirklich Feuerwerke. Warum ist sie jetzt eingeschlafen? Lächeln sich sie ab. Wow. So. Jetzt zieh ich sie mal. Bett. Und warum? Lass mich da das... Lass mich da drauf stehen. Ich zieh sie jetzt ins Bett. Es sieht so beschadet aus, wenn du ziehst. Ja. Ah Gott. So, ich bin, ich bin cool. So, so geh ich jetzt hier lang. Äh. Haben wir noch irgendwas? Äh. Ach, die Räucherkammer machst du. Ne, ich hab sie schon. Ach so, ja, ja klar. Äh, muss da nicht nur Filet rein? Nein. Da steht das Rezept oben drüber. Filet, Zündpulver und Öl. Zündpulver, Öl und gegrilltes Fleisch. So, eins weiter. Wir brauchen Filet geräuchert. Wir brauchen das Filet geräuchert und nicht das normale Fleisch. Aber es dauert eher ewig. Bis mal eins fertig ist. Hm. Ja komm, das wär auch ein geiles Tite-Bild gewesen. Weißt du, ich bleib in dem Anzug. Ach, ich, ich, ich pass, ich pass das Gliedschutz schon an. Keine Sorge. Also, äh, Dünger haben wir mittlerweile auch mehr als genug, ne? Ja, wir müssten mal das Gewächshaus bauen irgendwann. Naja, nicht, dass wir das noch irgendwie richtig brauchen oder so. Das ist es ja. Ja, doch für schwarze Perlen rum was. Ah, stimmt. Ah, stimmt. Ich hab keinen Lachen. Schade, dass die keinen Fortnite-Dance mit dabei haben. Ich bin froh drüber. Hahaha. Aber ne prima Ballerina. Hä? Also, ich hab's nicht. Doch, du kannst die herzustellen, die Tänze. Äh, ja. Aber was, was, Alex hat... Fortnite-Dance. In der Räucherkammer steht das aber nicht mit dem, äh... Steht nur für Räucherfleisch. Sintpulver, Öl und gerilltes Fleisch, um nach einigen Stunden Räucherfleisch zu halten. Und daneben ist dann mit gegrilltes Filet dasselbe. Nö, steht bei mir nicht. Um geräuchertes Filet herzustellen. LOL, wenn ich ne Sonnenbrille aufziehe, bringt das gar nichts. Wow. Warum? Das ist bestimmt wieder was für Kerle. Mach mal. Hab ich doch schon. LOL. Ja. Bei mir ist es. Na, das ist bestimmt wieder für Kerle. Ja, das Oberteil ist nur für Frauen. Ja. Wollt vielleicht auch einen haben. Ein Bikini? Aber ich muss im Hemd rumlaufen. Ja. Da sieht man die fallen nicht mal mehr. Doch. Man sieht ihn hinten rausstecken. Leute. War auch nur ganz ganz knapp, Paul. Ja. Äh. Wir müssen noch ein Bierfass machen. Ein Bierbaron. Damit wir uns besaufen können. Hm. Also Räucherfilet kommt aber noch nicht raus. Ne. Es dauert auch Ewigkeiten. Es ist glaube ich gerade mal zwei Zehntel fertig. Gott. Bis eins davon fertig ist. Das dauert ja ewig. Also mittlerweile. Wir können davor selbst sogar noch einen Drop machen, bevor wir das machen können. Bevor da was fertig haben wahrscheinlich. Oh, ich hab was geiles. Oh oh. Was denn? Warte, 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 warte. Fanservice. Mal weg, ich benutze mal bitte dein, 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 dein. Agentar aus, ne? Oh nein. Hä? Der passt das so schön dazu. Ach so, die, die, die Gläser da oder wie. Die, die Brillenkläser. Warum geht das nicht? Ach, weil der den scheiß Ring drinnen hat. Hm. Deswegen kann ich es nicht machen. Musst du den Ring kurz rausnehmen. Hm. Geht auch nicht. Vielleicht musst du ihn auf den Sattel ziehen. Mal gucken, warte mal. Kann doch sein, dass es... Sattel ist. Hä? Ich... Es kam noch die Meldung, dass es meins hier ist. Aber wo es... Er ist nicht hier. Was denn? Ach so. Alter, schreck mich nicht so. Kannst du nicht auch auf allen Vieren laufen? Na wohl. Macht der eh nicht. Weitere nicht. Ach nein, der Hut. Haha, den behalte ich gleich um. Ja, von der Farbe her passt es doch perfekt. Es ist Mr. Blauer Agentar. Ja. Passt dein Name auch blaue Rakete. Oh ja. Äh... Nein. Was? Wir sollten uns langsam fertig machen, um Dinge zu... Ja, ich warte ja die ganze Zeit. Na? Wir... Wir brauchen zu lange. Richtig. Oh ja, schiebt wieder auf mich. Ist okay. Wie Frauen. Entschuldigung, dass ich mal ein bisschen Spaß mache. Nö. Ist okay. Mach ich keinen Spaß mehr. Gut. Ist doch ohne. Was tust du da? Mach den Kreis aus... äh... Pfeilen. Können die irgendwie auch sammeln? Wow. Wow. Sieht echt cool aus. Ich kann die Pfeile nicht aufsammeln. Schade. Oh. Aber ich kann irgendwie Holz durch den... Ups. Obwohl. Ich kann aber glaub ich irgendwie Holz durch den Boden aufsammeln. Oh yeah. Holz. Holz. Dino. So. Ihr wolltet los. Wir dürfen ja kein Spaß mehr machen. Also. Okay. Töten. So. Hey. Vielen Dank.